Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Erstmal liebe Geschwister im Islam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und natürlich herzlich willkommen für alle Nicht-Muslime das ist ja eigentlich das, was wir auch gerade vorhaben in den Hallen dass jeder Muslim ein Nicht-Muslim mitbringt jetzt muss sich jeder, weil wir wollen ja den Menschen diese schöne Religion und diese Wahrheit diesen einzigen Weg zum Paradies wollen wir den Menschen vermitteln deswegen muss normalerweise jeder Muslim eine Verantwortung fühlen ein Nicht-Muslim mitzunehmen oder ein Muslim halt, der diesen Zickzack-Kurs macht die sogenannten Muslime Alhamdulillah, heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen Islam um Islam gezogen, Alhamdulillah und aber das Thema, habe ich eigentlich genannt, war Jesus Muslim oder Christ Neuauflage Alhamdulillah und es ist ein sehr wichtiges Thema, gerade hier in Deutschland wo wir es ja vor allen Dingen mit zwei großen Weltreligionen zu tun haben da gibt es natürlich gibt es auch noch eine andere Weltreligionen aber die meisten Menschen die sich einer Religion also zuordnen sind entweder Muslime oder Christen sogenannte Christen und sogenannte Muslime und deswegen ist es ja wichtig wenn wir sehen, dass beide Wege sowohl der Islam als auch das Christentum von sich behaupten, der einzig wahre Weg zu Gott zu sein ist es sehr wichtig zu wissen, was ist der wahre Weg für den Nicht-Muslim ist es wichtig also wir Muslime sind ja fest davon überzeugt dass der Islam der einzig wahre Weg zu Gott ist weil Allah sagt im Koran in Surah 3, Vers 85 und wenn er sich eine andere Religion wünscht als den Islam sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird dem Jenseits zu den Verlierern gehören aber das Christentum sagt von sich selber auch wir sind der einzig wahre Weg zu Gott die sagen wenn jemand nicht daran glaubt dass Jesus für die Sünden von ihm gestorben ist ist er verloren deswegen für uns Muslimen ist es wichtig dass wir eventuell Argumente kennenlernen und auch wissen, wie wir jemandem begegnen der dieser Glaubensrichtung folgt und vielleicht jemand einlädt vielleicht hat er schon mal an der Tür geklopft oder vielleicht sieht man in der Straße welche Jesus lebt und so weiter die mit einem reden wollen dann hat man einige Informationen Alhamdulillah, Jesus lebt auch Alayhi Salam, stimmt Alhamdulillah und auf der anderen Seite natürlich für die Nichtmuslime dass man sich einfach mal Gedanken macht bin ich Christ also der jeweilige Christ jetzt weil meine Eltern Christen sind ich frage dann meistens immer die Frage was bist du denn evangelisch oder katholisch welche Richtung sagt jemand ja katholisch ach so wie hast du dich dazu entschlossen katholisch zu werden ist es eine rationale Entscheidung warum bist du nicht protestant warum bist du nicht evangelisch vielleicht ist evangelischer richtig ja ne ich bin eigentlich nur katholisch weil meine Eltern sind katholisch aha aha das heißt und früher haben übrigens die katholischen gesagt dass die protestanten verloren sind die protestanten gesagt dass die katholischen verloren sind ja heutzutage Dialog unter den Religionen ja kommen auf einmal alle ins Paradies aber man muss sich darüber bewusst sein den Weg den man geht den Weg der einen zu Paradies führen soll den kann man sich nicht von anderen auswählen lassen ohne rational darüber nachzudenken was ist der wahre Weg es gibt ein Bindeglied sozusagen zwischen Islam und Christentum und das ist die Person des Christus Jesus beziehungsweise Isa im Arabischen und man sollte genau wissen was dort geglaubt wird wir Muslime sagen dass wir die Urchristen sind wir folgen der Religion des allmächlichen Gottes Allah im Arabischen und dieser allmächliche Gott hat zu jeder Zeit an jedem Ort oder hat auf der ganzen Welt hat er Gesandte geschickt er hat Gesandte geschickt zu den Menschen für eine Botschaft um eine Botschaft zu vermitteln und diese Botschaft ist diene Gott allein diene dem Schöpfer liebe den Schöpfer lebe für den Schöpfer und diene nicht die Schöpfung an diene nicht die falschen Götter an sind das meine Worte das sind die Worte vom allmächlichen Gott im Koran Allah sagt im Koran in Surah 16 Vers 36 und wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt dass sie den Menschen lehren diene Gott alleine diene dem allmächlichen Gott Allah alleine und vermeide die Anbetung der falschen Götter das ist die Botschaft und wir sagen das alle Propheten sei es Moses sei es Abraham sei es Jakob sei es Josef sei es Isa also der Christus sei es Mohammed a.s.w. Frieden und Segen auf ihn allen dass alle vom selben allmächlichen Gott mit dieser Botschaft kamen und wer dieser Botschaft folgt lebt für den allmächlichen Gott dient dem allmächlichen Gott was wird er bekommen der wird in das Paradies gehen dem wird die Barmherzigkeit des allmächlichen Gottes zuteilen und er wird in das Paradies gehen und dort für alle Ewigkeit leben und er wird dem Höllenfeuer entkommen und Allah sagt im Koran كل نفس ذائقة الموت jede Seele wird den Tod kosten فإنما تو فونا وجوركم يوم القيامة und dann wird euch der Lohn an diesem Tag zukommen was du getan hast und dann sagt der فمن زحزي عن النار وطرر الجنة فكافاس und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradiesgarten geht der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt der hat gewonnen und das ist der gewaltigste Gewinn eine Welt über unserer Vorstellungskraft und das ist das wovon wir einladen hier auf dieser Welt so 2, 3, 4, 5 5 Minuten 5 Sekunden im Vergleich zu dem was dort kommt noch mehr der Prophet Zaheim sagt das diesseitige Leben gegen das Jenseits ist als wenn man den Finger in den Ozean steckt das was man am Finger hat von dem Wasser ist das diesseit und der Rest ist das Jenseits love you love you love you love you jetzt wenn man jemand sagt ja wir sind Muslime wir glauben auch an Jesus wir behaupten sogar wir sind die wahren Anhänger von Jesus weil Jesus ist ein Muslim wie Jesus ein Muslim wie ihr Muslime seid doch die die Rentner verhauen in Deutschland die Leute abziehen das sind doch die Muslime die die Frauen zum Kopftuch zwingen welche Frau hier wurde zum Kopftuch gezwungen Alhamdulillah Alhamdulillah denn diese armen Frauen diese Millionen von Frauen in Deutschland die zum Kopftuch gezwungen werden haben wie viele Frauen mit Kopftuch kennen sie denn Frau Müller Meierschmitz wie viele kennen sie denn wie viele persönliche Freunde haben sie denn mit Kopftuch äh kein mit wie vielen haben sie persönlich geredet ob sie zum Kopftuch gezwungen wird äh keine aha woher haben sie das wenn das die Frauen alle zum Kopftuch gezwungen werden aus dem Fernsehen aha da kriegt man die richtige Information über den Islam aber okay ja man hat normalerweise zwei nee nee Bruder Bruder bitte bitte guck mal Klatschen ist sowieso nicht so eine islamische Eigenschaft aber okay hier in Deutschland werden die Moscheen gebaut und dort drüben sind die ganzen Kirschen am brennen wo 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 ist die Kirsche am brennen ich habe vorgestern vor drei Tagen oder so eine Mail bekommen ja hier in Deutschland hier ihr seid die Flyer am verteilen bei uns bei euch in den Ländern sind die Kirschen am brennen wo hört mal wenn wenn ein Christ in einem arabischen land ungefliegend essen getan wird dann steht die Neve und die Maury und die ganze Urmuh schon da vor der Tür subhanallah hier Beispiel nicht dass das hier jemand falsch versteht ich will nicht sagen ja klar geh auf die Christenlosen in den Arabischen weil die Leute versuchen immer die Wörter umzudrehen aber du siehst doch sobald irgendwas passiert überall in den Medien tausende von Christen werden jedes Jahr in den arabischen Ländern abgeschlachtet wo sind die wo wenn einem was passiert hier wir haben es gehört hier in der Türkei wurde ein christlicher Missionar aus Deutschland umgebracht statt überall in der Zeitung dann müssen ja die anderen tausenden vom Fälle ja auch in der Zeitung stehen oder totaler Schwachsinn außerdem hat die türkische Regierung das befohlen dass der umgebracht wird oder waren das Einzeltäter und sind die Leute die das gemacht haben jetzt im Gefängnis oder haben die einen Ehrenpreis bekommen in Deutschland werden jedes jeden werden so viele Menschen von Rechtsradika ist das die deutsche Regierung ist das die Mehrheit der Bevölkerung nee subhanallah wollte ich nochmal so kurz am Rande bringen jedenfalls das sind die zwei Reaktionen die wir meistens haben ja du erzählst etwas von Islam und du betonst dass wir glauben dass Jesus ein Muslim war denn was ist ein Muslim ein Muslim ist ein Gottergebener jemand der sich dem Willen Gottes unterwirft und Jesus war jemand der sich dem Willen Gottes unterworfen hat wenn du das erzählst du kriegst zwei zwei Reaktionen wir glauben an Jesus wir glauben an Jesus eure Religion da da das ist die erste Reaktion was sagen du zu diesen Menschen zu diesen Menschen sagen wir danke dass du über meine Religion fragst aber es ist falsch was du da denkst und ich muss dir über meine Religion die Wahrheit sagen denn Allah sagt im Koran fürchtet Allah und sagt ein wahres Wort das heißt wenn ich was falsches sage in meiner Religion könnte ich bestraft werden übrigens falsche irgendwelche Nichtmuslime hier sind die von diesen ganzen Hasspredigern nichtmuslimischen Hasspredigern ja einige Informationen bekommen haben von wegen ja bei den Muslimen gibt es Taqiyah Taqiyah ja das heißt die lügen dich an über ihre Religion und sagen nee das stimmt gar nicht und so ja erst mal Taqiyah ist erst mal bei Abel Sunnah nur erlaubt in einem Fall wo dir einer die Pistole am Kopf fällt glaubst an Islam na und im Herzen hast du den Iman das ist die einzige die einzige Situation aber nicht dass sich jemand fragt ja wie ist das eigentlich im Islam gibt es im Islam dies und das ist im Islam Kopf durch Pflicht nein nein ist nicht erlaubt das Haram tausend ist das und wer das macht hat eine riesen lünne deswegen gebe ich den Muslimen auch direkt den Tipp vorsichtig sein jedenfalls das ist die erste Reaktion dann sagen wir hier ich muss dir die Wahrheit sagen und selbst wenn ich die Wahrheit nicht sage Alhamdulillah im Islam wir haben Quellen die unverändert sind das heißt wenn ich dir das gesagt habe du kannst nachschlagen nachlesen wir haben den Koran kein Wort hat sich verändert Alhamdulillah das ist die erste Reaktion die zweite Reaktion ist derjenige der sagt vielleicht zu dir ja wer an Jesus glaubt wo ist euer Tannenbaum wo sind die Ostereier wo sind die Weihnachtsgeschenke was sagen wir zu dem wir sagen erstmal der Weihnachtsmann hat nichts mit Christentum zu tun weil wir folgen ja der wahren Religion von Jesus und Jesus ist gar nicht im Winter geboren sondern im Sommer ja erste Sache und das Geburtsdatum von Jesus ist nur auf den 24. September Dezember ich bin schon lange kein Christ mehr 24. Dezember gelebt worden aus welchem Grund weil dort ein gewisses Fest war von den Gönstendienern der damals in der Zeit nach Hand das Fest hingelegt dann Eier Eier sammeln Ostereier sammeln kommt von wem kommt von den Germanen der Tannenbaum der Weihnachtsbaum wo kommt der her von den Kelten die Kelten haben damals den Baum mit reingeschleppt in die Wohnung haben den geschmückt der sollte dann der Wohnung Baraka geben hat das mit Christen noch was zu tun nein und da wir die wahren Folge von Jesus sind praktizieren wir diese Sache natürlich nicht das wäre die erste Sache der andere der vielleicht etwas mehr Kenntnis hat der sagt dann zu dir ja warte mal aber im Islam ihr seid beschnitten da sagen wir ja klar weil steht in der Bibel Lukas 2 Vers 21 Jesus war auch beschnitten und im Islam gibt es Polygamie ja klar weil steht in der Bibel 1. Könige 11 Vers 3 und im Islam gibt es Todesstrafe ja stimmt steht auch im Neuen Testament Matthäus 15 Vers 3 aber aber die Frauen bei euch krank im Kopf ja klar steht auch in der Bibel 1. Korinther 11 Vers 7 und bei euch ist kein Schweine verschoben ja steht auch bei euch in der Bibel Leviticus 11 Vers 7 auch Moment das kann doch gar nicht sein das steht alles bei uns ja ja aber ihr betet mit dem Gesicht auf dem Boden weil viele Leute denken das wären die Unterschiede zwischen Islam und Christentum da sagen wir ja wir beten mit dem Gesicht auf dem Boden wie unser Vorbild in der Bibel er ist ja Jesus a.s.a. Matthäus 26 Vers 39 und er ging drei Schritte weiter und fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete zu wem zu Gott zu unserem Gott zu eurem Gott zu Gott aller Menschen zu allmächtigen Köpfer jetzt frage ich wer sind die besseren Christen wie Muslime oder die die so beten Alhamdulillah das nur dazu ich könnte dann noch jemand sagen ja aber bei euch da gibt es ja Zwangsheirat was sagen wir dazu wir sagen stimmt gibt es bei uns bei den Muslimen gibt es aber nicht im Islam man darf den Islam nicht am Muslim messen weil das ist ein großer Fehler den die viele heutzutage machen ja die Jugendlichen die sind bestimmt so kriminell ne weil die Muslime sind ne ne die sind so kriminell weil die gar nicht wissen was Islam ist das ist das Problem weil er in Akhbar und Nesle die meisten Menschen wissen es nicht das ist der Grund ja und Integration hier die Menschen ja die können alle Deutsch so schlecht sind das nur die Muslime wer arbeitet hier in einem Callcenter arbeitet in einem Callcenter eine Frau du arbeitest im Callcenter ok du rufst bestimmt immer an auch zu anderen Leuten sind das nur die Muslime die kein Deutsch können hier ich habe eben mit einem gesprochen der arbeitet im Callcenter da gibt es Russen die können kein Deutsch Griechen die können schlecht Deutsch Italiener die können schlecht Deutsch ja aber die Muslime die schlecht Deutsch sprechen die können bestimmt kein Deutsch wegen Islam die sind so die Muslime deswegen sind die so weil das ist so eine Religion ja so denken so denken einige und Intubation guck mal hier das ist nicht meine woche nicht dass meine die Töne beleidigt sind wenn ich das jetzt sage und ich rede ja nicht für alle Deutschen ich rede jetzt für den der in meiner in der Kneipe von meiner Mutter an der Theke sitzt und sagt die ganze Muslime der Göttels der müsste nochmal drei Monate zurückkommen für die rede ich jetzt ja von denen es 10.000 in Deutschland gibt 10.000 und was jetzt sogar noch angeheizt wird dass eine Moschee schon gebrannt hat die Kirchen brennen nicht in den islamischen Ländern in Deutschland brennen die Moscheen Maschallallah warte mal die Zeit ab warte noch paar Jahre Hetzkampagne ab die Muslime wollen uns alle von innen fressen kommen dies das warte mal die Zeit ab ja ich rede für diese Leute jetzt und er sagt dann zum Beispiel ja die Türken die einmal hat mich einer getroffen im Aldi ja hatte ich so eine schöne Fogel an ne ja sie wollen sich doch hier integrieren glaubt mir der weiß gar nicht was Integration heißt integrieren Vogel ist mein Name integrieren Vogel Jedenfalls ich muss das trinken das erzähle ich mal Oma Else dann bekommen sie aber Ärger Jedenfalls Integration für die Türken die Türken die haben sich hier nicht integriert Integration meine Herrschaften ist ein zweiseitiger Prozess Integration ist ein geben und nehmen wem man kein Gefühl gibt sich integrieren wem man nicht willkommen heißt ja und willkommen heißt nicht hier wir haben das im Gesetz stehen bei uns im Buch hier Gleichberechtigung ist etwas was auch von den Herzen kommt ich will jetzt nicht nur die Deutschen kritisieren ich kritisiere auch uns wir haben uns oft genug kritisiert wir machen große Fehler ich sage zu jedem Jugendlichen der solche Sachen macht Leute abzieht Scheiß so und so ich benutze das Wort jetzt nur um das nachzusagen was diese Leute sagen Brüder das ist eine richtige schlimme Sache und jeder soll sich übernehmen und soll wissen jedes Fehlverhalten von ihm geht auf den Islam zurück subhanallah dass wir auch wach werden aber gehen wir zurück zur Integration zweiseitiger Prozess nicht nur etwas was im Buch steht hier hallo bei uns haben wir Gleichberechtigung ist etwas das vom Herzen kommt wenn der türkische Arbeiter in seinem Kraftwerk arbeitet und von seinem Chef werden 20 türkische Arbeiter alle nur Ahmed genannt oder Mehmet dann muss man sich nicht wundern dass der sich nicht willkommen fühlt und komikerweise komikerweise wenn du viele Leute fragst die genau diesen Punkt bringen ich rede nämlich über alle Deutschen sondern viele die genau sagen die Türken die Türken ja dann sagen wir dann waren die der Türkei Urlaub und sagen die ach so nette Menschen Gastfreundschaft Essen aha wieso kommst du mit den Türken da zurecht mit Türken hier nicht zurück woran liegt das äh mal drüber nachdenken das sind die selben Menschen oder äh dann können wir nur sagen wenn du mit den Türken nicht zurecht kommst in Deutschland wohnen dann ist das das was Deutsche aus den Türken gemacht hat khalas wenn du damit nicht zurecht kommst ganz einfach das als Beispiel wie gesagt um zurück zu dem Punkt zu kommen um zurück zu dem Punkt zu kommen wir haben gesagt der eine weiß gar nicht was das heißt dann sagt vielleicht jemand der Zwangsheirat wir waren bei der Zwangsheirat und ich sage Zwangsheirat gibt es unter den Muslimen ist aber im Islam verboten denn der Prophet hat was gesagt wenn jemand seine Tochter verheiraten will dann muss er sie fragen und deswegen sage ich jedem Vater hier jedem Vater hier der solche Gedanken im Kopf hat du tust deiner Tochter keinen Gefall und du tust dir keinen Gefall und du wirst am jüngsten Tag gefragt werden was du getan hast das nur dazu aber wo haben wir Zwangsheirat in der Bibel ja nicht wütend auf mich sein nicht wütend auf mich sein Deuter Euronium 25 aber für Männer das heißt der Mann ja wenn der wenn die wenn jemand verheiratet war ja und der Mann der stirbt von der Frau dann muss der Bruder diese Frau heiraten wenn er das nicht macht dann muss er sich hinstellen und die Frau kommt an vor allem Leuten spuckt ihm ins Gesicht und dann spuckt ihm ins Gesicht ja Zwangsheirat und da ist Strafe an anderer Stelle Deuteronium 22 an anderer Stelle steht ich kann kein Hebräisch nur mir hat das jemand erzählt der Hebräisch kann das steht wenn eine Frau vergewaltigt worden ist ja dann muss der Mann dem Vater 50 Silberschäkel geben und dann darf er sie ein Leben lang nicht mehr entlassen das ist in Deuteronium 22 Kapitel 22 22 28 das nur dazu weil man kann immer so schön man kann immer so schön die Muslime nur wenn es dann zurück geht dann sagt man der böse Vogel dieser böse Pierre Vogel der bringt die Sachen immer total aus dem Kontext kein Problem guck doch mal nach wir haben die Verse genannt nachlesen nicht mich tadeln sich selber tadeln wenn man nicht mit dem zurecht kommt was in der eigenen Bibel steht dann muss man sich eine andere Religion suchen bring mir irgendwas vom Koran bring mir irgendwas vom Koran erzähl mir der Prophet hat Aisha geheiratet als Jungwa sag ich Alhamdulillah das ist mein Prophet das ist der an den ich glaube meinst du gibst mir eine neue Information über meinen Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam das nur dazu der nächste sagt vielleicht ja aber bei euch im Islam in Afghanistan da dürfen die Frauen keine Lehrerinnen sein die haben schon gesagt wir reden über Islam nicht über was macht irgendjemand die islamische Frau die Muslimin kann in Deutschland keine Lehrerin sein wenn sie Islam praktiziert ja haben wir gesehen oder oder haben wir gesehen oder mit Kopftuch kann sie nicht in die Schule gehen aber die Nonne kann ruhig ist kein Problem die kann ruhig in den Schulen unterrichten gibt es in Deutschland die islamische Schule komisch warum gibt es in Holland die islamische Schulen in England die islamische Schulen in USA die islamische Schulen in Kanada die islamische Schulen warum subhanallah seltsam oder aber vielleicht liegt das auch an uns weil sich hier leider keiner Gedanken darüber gemacht hat wie er das machen kann aber im Islam kann die Frau Lehrerin sein und wer sich ein bisschen mit der islamischen Geschichte auskennt der wird wissen dass Aisha a radiallahu anha die Frau des Propheten die geliebte Frau des Propheten die den Propheten geliebt hat die mit ihm bis zum Ende geblieben ist die die Religion nach ihrem Tod von ihm verteidigt hat dass diese Frau 88 große Gelehrte des Islam ausgebildet hat und dass sie eine Spezialistin war in Mathematik zur damaligen Zeit und Medizin zur damaligen Zeit und wer sich ein bisschen auskennt wird sehen dass große Gelehrte wie Ibn Hajj al-Asqalani radiallahu anhu rahmahullah dass die Frauen als Shiyuk haben dass damals viele Frauen gar ein Hadith die den Männern beigebracht haben natürlich nicht auf diese Art ha 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 klar Scheika sondern auf vernünftige Art und Weise aber subhanallah das gibt es aber wo ist es verboten dass die Frau Lehrerin ist ha 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 Bibel 1. Timotheus 2 Vers 11 bis 13 dort steht neues Testament dort steht die Frau soll in Stille sein was heißt das Mund halten ne dass eine Frau lehrt erlaube ich nicht und über einen Mann herrscht erlaube ich auch nicht Frau Merkel Sie sind Sie sind bei der CDU Frau Merkel aber okay kein Problem das nur dazu weil wie gesagt so viele Vorurteile und wenn man dann jemandem erzählt hier bitteschön wird zurückgeschossen ja der Islam dann ist auf einmal der noch ja der Vogel was der alles erzählt bitteschön 1. Timotheus 2 Vers 11 bis 13 kann man nachlesen aber der andere der fragt sich vielleicht jemand der nicht nur Konter geben will weil es gibt viele Menschen in Deutschland wir haben jetzt ein bisschen die Sache schwarz gemacht es gibt viele Menschen in Deutschland wir haben es gerade wieder gesehen Alhamdulillah ein Mädchen Muslim geworden gestern eine Frau Muslim geworden davor eine ganze Familie zum Islam übergetreten dann im Internet einer wird Muslim dann ruft einer anderen wird Muslim ihr habt das vielleicht gesehen im Internet aber die Krönung es werden sehr viele Leute Muslime sehr viele Leute machen sich Gedanken und es gibt vielleicht Leute die sich wirklich aufrichtige Gedanken machen was ist der Unterschied der sagt sich wie kommt es dass ihr diese Sachen wie Beschneidung kein Schweineflasch und so weiter praktiziert und die stehen bei uns in der Bibel und wir praktizieren sie nicht und wir wissen nicht dass ihr sie praktiziert das sind drei Fragen erste Frage warum praktizieren die zweite Frage warum praktizieren wir die nicht obwohl sie in der Bibel steht und dritte Frage ist warum wissen wir nicht dass ihr die praktiziert warum man das nicht weiß ist ganz einfach weil der Satan natürlich versuchen wird die wahren Religion ja es gibt viele Religionen jede Religion sagt wir sind der wahre Weg der Satan wird natürlich versuchen die wahre Religion in das falsche Licht zu stellen indem er die indem er die Folger dieser Religion die Anhänger dieser Religion anheizt schlechte Dinge zu tun damit jeder sagt ja ja guck hier die Muslime schlagen ihre Frauen und so und indem er das Bild des Islam verwischt insbesondere durch die Medien beispielsweise insbesondere und deswegen weiß man nicht über Islam zu Panama ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen in so einem Magazin ich weiß nicht mehr genau was das war Stern oder Spiegel da waren in einem Bericht so viele Fehler und Entstellungen drin unglaublich unglaublich subhanallah unglaublich dass sowas hier in die Zeit gekommen die Islam Experten oder dann bringt man irgendwelche Islam Experten vor die absolut nichts mit Islam zu tun haben ja und dann ist klar dann lernt man natürlich von Islam und unsere Schuld die praktizierenden Muslime dass wir uns keine Mühe geben die Leute richtig zum Islam einzuladen das ist der erste Punkt wie gesagt wir zeigen auch immer mit dem Finger auf uns zweite Stelle ist warum praktiziert ihr das nicht woher kommt das was soll ich zuerst machen warum praktizieren wir das oder ihr nicht wir machen warum praktiziert ihr das nicht also der Christ warum praktiziert er es nicht woher will er die Bibel haben woher will er die Antwort haben Bibel oder Koran machen wir erstmal aus der Bibel in der Bibel steht Matthäus 5 Vers 16 dass Jesus gesagt haben soll Jesus soll gesagt haben laut Bibel denkt nur nicht ich bin gekommen um das Gesetz das heißt was die vorigen Propheten gebracht haben Hände waschen bevor man betet waschen und kein Schwein weil das denkt nur nicht um das Gesetz und die Propheten zu abrogieren zu verändern ja denkt das nicht denn ich bin nicht gekommen um es zu verändern sondern um zu vollenden aha komisch warum sagt denn jetzt jeder ja die Juden dürfen kein Schweinefleisch essen steht im alten Testament aber die Christen nicht woran liegt das sagt er ja okay mit Schweinefleisch ist klar früher gab es keine Kühlschrank und so aber der Bibel steht nicht ihr dürft kein Schweinefleisch weil kein Kühlschrank ist da und es steht ihr dürft kein Schweinefleisch essen weil seinen Spaltfuß er ist aber kein Wiederkäuer Adam den falschen den falschen die falsche Frucht gegessen hat vom falschen Baum ja warum hat Gott ihn für diese Sünde aus dem Paradies heraus warum wegen der Frucht die Frucht macht Gott nichts aus sondern weil er ungehorsam war Adam hätte auch nicht sagen können ja weißt du Gott aber heute haben wir Kühlschränke für den Apfel es geht um das Gehorsam wir sagen okay Schweinefleisch und so weiter da haben die Juden praktiziert Jesus sagt kein Gesetz wird sich ändern und dann sagt er noch als richtige Drohung und wer auch nur das kleinste Gesetz verändert und sagt er jetzt in Folge von ihm wer auch nur das kleinste Gesetz ändert laut Bibel der wird der kleinste genannt werden vom Himmel raus sinngemäße Übersetzung der kleinste wer nur ein einziges Gesetz verändert wird der kleinste sein Jesus jetzt schlagen wir ein paar Kapitel weiter dann kommen wir zu den Briefen vom Apostel Paulus wir fragen Schweinefleisch essen wer hat gesagt kann man ruhig Paulus Gebet so so was nachher kann und so weiter und so fort Schweinefleisch Gebetswaschung diese ganzen Sachen alles abschalten Paulus 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 alles er sagt er sagt laut seinem Buch Jesus hat uns mit seinem Tod vom Fluch des Gesetzes befreit sodass wir brauchen uns nicht mehr diese Gesetze an den großen Teil davon diese Reinheitsgesetze zu halten das ist ein paar Mal Jesus sagt wer auch nur ein einziges Gesetz verändert der wird der kleinste genannt was ist mit jemand der alles auslöscht was sagt jetzt die Bibel dazu was sagt der Koran dazu der Koran sagt ganz eindeutig dass die Botschaft verstellt wurde er sagt wehe denen die das Buch mit ihrer eigenen schreiben und dann sagt dieses vom Gott um damit einen geringen Preis zu erkaufen jetzt die Frage wie die Frage war gewesen warum praktizieren wir das nicht wir haben schon gesagt ist alles verändert worden jetzt die Frage warum praktizieren wir Muslime das weil wir Muslime sagen dass vor 1400 Jahren der letzte Prophet dann alle Menschen gesandt als Barmherzigkeit für die Menschen sagt Allah im Koran wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Welt geschickt und dieser Prophet kam mit einer Aufgabe die Menschen zu Gott zu rufen die Menschen zur Religion aller Propheten zu rufen Allah sagt im Koran zu den Leuten des Buches Juden und Christen von Allah ist nun ein Licht und ein deutliches Buch herabgekommen damit mit diesem Buch mit dem Koran führt Allah die Menschen die seinem Wohlgefallen von auf die Wege des Heils und führt sie zu einem geraden Weg und führt sie zu einem geraden Weg das ist die Antwort das ist eine der Aufgaben des Propheten die Religion auf den richtigen Kern zurück zu bringen so jetzt wissen wir zwischen Islam und Christentum Alhamdulillah gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten wir sagen wir glauben an einen Schöpfergott und so weiter aber um herauszufinden was ist der wahre Weg müssen wir uns nicht auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren weil dann sind ja die gerade die Unterschiede für uns sehr entscheidend jetzt fragt man sich und deswegen möchte ich auf die Hauptunterschiede eingehen jetzt fragt man sich wie kommt es überhaupt zu den Unterschieden und das ist der erste Unterschied das ist der erste Unterschied wie kommt es zu den Unterschieden wir sagen wie wir eben schon gesagt haben Suche 2 Vers 79 dass das Buch verändert wurde und dass der Koran gesandt wurde Suche 4 Vers 48 wir haben zu dir das Buch abgesandt den Koran als das zu bestätigen was hiervon richtig ist und wächter darüber das heißt zu sagen was ist nicht korrekt deswegen sagen wir in der Bibel sind Dinge entstellt worden von den Heiligen Schriften jetzt wird jemand sagen und natürlich von der christlichen Sicht her von der klassischen christlichen Sicht her geht das nicht von der klassischen christlichen Sicht her ist das das Wort Gottes wenn du jetzt sagst es ist verändert worden dann gibt es natürlich heute sehr viele die sagen ja ja es ist verändert worden aber er muss sich darüber im Klaren sein was bedeutet das wenn er sagt es ist verändert worden wie kann Gott von dir verlangen einem Buch zu folgen wo du sagst es ist verändert worden von Menschenhand ungewollt wie kann das Gott von dir verlangen stell dir vor und dann hat man oft dann sagt jemand wir haben es auch auf unserer Seite mit dem Herrn Schröder er sagt ja sind Sachen verändert worden sind Fehler reingekommen kommen Widersprüche rein aber die sind ja nicht wesentlich die sind nicht wesentlich woher willst du wissen dass die wesentlichen Sachen nicht verändert wurden und außerdem werden wir gleich zeigen dass auch in den wesentlichen Unterschied einige Sachen reingekommen sind das heißt und jetzt muss sich jeder darüber fragen ja wenn wir solche Punkte finden muss man diese Religion folgen und man muss vielleicht als allererst mal wissen was ist Christentum überhaupt in der Nussschale zusammengefasst in der Nussschale zusammengefasst viele Christen werden gleich sagen hey der hat ja keine Ahnung hier was labert der da das ist gar nicht so Trinität Erbsünde und so das gibt es doch gar nicht ich habe mich extra bewaffnet kleiner Katechismus das heißt falls jemand sagt die Kirche sagt das nicht und hier habe ich auch noch reformierte Kirche katholische Kirche lutherische Kirche die ganzen Wörter also wo die ganze Akkida die Glaubenslehre definiert wird ich kenne es schon wenn ich sage je Christen glauben dass Jesus Gott ist dann kommen dann immer welche hör mal zu ich habe die Konfirmierung mit ich habe die ich habe die Führung mitgemacht ich war auf einer christlichen Schule gewesen Jesus ist nicht Gott das ist totaler Quatsch das ist eine Lüge was du erzählst bitteschön wir haben die Bücher hier bei Diskussionen sind wir gerne bereit nach dem Vortrag auf jeden Fall im Christentum ist es so dass man daran glaubt dass der erste Mensch Adam eine Sünde begangen hat ich werde das gleich noch illustrieren der erste Mensch Adam hat eine Sünde begangen und dadurch kam die große Trennung von Gott im Prinzip kam die Erbsünde Römerbrief 5 Apostel Paulus 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 wir haben eben schon gesagt Paulus hat alles verändert Apostel Paulus schreibt in der Bibel nicht Jesus sagt Römerbrief 5 durch die Sünde von einem einzigen Menschen wurden alle Menschen schuldig gesprochen das heißt Adam hat die Sünde begangen das ist der Vers für die Erbsünde diese Sünde vererbt sich weiter nee nee das ist gar nicht so kommen wir gleich zu dann durch die gute Tat eines einzelnen Menschen das heißt dass Jesus kommt und stirbt für die Sünde der Menschen werden alle gerecht gestorben die was machen Römerbrief 6 die sich auf den Tod von ihm taufen lassen und an Glaube die den Opfer tot von ihm annehmen und wer ist Jesus Jesus ist Gott warum weil für das Opfer für die Sünden aller Menschen kann nur das perfekte Opfer gelten und das kann nur Gott selber sein ja verstanden ne ja kann ich mir gut vorstellen also Adam hat eine Sünde gemacht die Sünde wurden alle Menschen weiter vererbt beziehungsweise die Fähigkeit Sünden zu machen du kannst nur losgesprochen werden von deinen Sünden wenn du daran glaubst dass Gott dann tausende Jahre später nach Adam selber gekommen ist im Fleisch das Wort wurde Fleisch ja am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort wurde Fleisch ja ist zum Fleisch geworden ist als sein Sohn Jesus auf die Welt gekommen und hat sich für die Sünden der Menschen geopfert ich illustriere das weil du hast mich immer noch nicht verstanden ich kann das nur verstehen Beispiel ja du hast du hast vor dir 10 Mörder ja 10 Mörder ja wir geben jetzt ein Gleichnis und Gott ist der Richter jetzt sagt Gott ok ihr Mörder ihr habt alle den Tod verdient der hat den Mord begangen ihr habt alle den Tod verdient aber ich liebe euch und deswegen eure Schuld übernimmt jemand anders und dann kommt der Sohn aber der Sohn ist Gott selber und der Sohn stoppt dann für die Sünden der Mörder ja das heißt der übernimmt die Schuld verstanden jetzt Hamdillah so das heißt und ich und dann bringe ich noch ein anderes Beispiel dass man das richtig versteht ja und das habe ich ich gebracht das haben christliche Missionarien in einem Buch gemacht die haben gesagt stell dir vor da ist ein König und der König dem wurde etwas aus dem Schloss geklaut und dann sagt der König wer das geklaut hat der kriegt 100 Peitschenliebe und dann stellt sich nachher raus dass derjenige der es geklaut hat der Dieb seine eigene Mutter gewesen ist und dann sagt der König ich liebe meine Mutter aber die Strafe muss durchgezogen werden und dann lässt er sich selber auspeitschen das ist das was christliche Missionare als logisches Beispiel gebracht haben logisches Beispiel erstmal wenn das Gerechtigkeit sein soll dass jemand anders bestraft wird das ist absolute Ungerechtigkeit für jeden Menschen der auch nur ehrlich zu sich selber ist zweite Sache ist dann fragen wir okay die Strafe von dem König weil jetzt weil die sagen Gott muss ja gerecht sein der kann die Sünde nicht nicht einfach so vergeben die Strafe muss durchgeführt werden ja wir sagen dem nee die Sünde die schadet Gott gar nicht Gott kann die Sünde so vergeben weil Gott bestraft aus Gerechtigkeit aber vergibt aus Barmherzigkeit okay jetzt der Islam sagt wir sagen dass diese Unterschiede nur dadurch zustande kommen oder dadurch aufgedreht sind dass Menschen diese Botschaft entstellt haben die originale Botschaft und dass die originale unentstellte Botschaft vom Prophet Mohammed wiedergekommen ist zurückgekommen ist mit dem Kern der Botschaft diene Gott alleine und vermeide die Anbetung der falschen Götter bete den Schöpfer an unter Ausschluss der Schöpfung das ist der Kern der Botschaft nun haben wir gesagt die fünf großen Unterschiede zwischen Islam und Christentum und wir haben gesagt was ist wenn wir in jedem Punkt davon einen Widerspruch in der Bibel finden in jedem Punkt in jedem Punkt den der christliche Glaube vertritt wenn wir da in jedem Punkt wo der christliche Glaube in den großen Punkten wo der christliche Glaube dem islamischen Glauben widerspricht dass wir dort auch einen Widerspruch in der Bibel finden wäre das nicht ein Zeichen dafür dass hier wirklich etwas verändert ist als allererstes was wir sagen ist der erste Punkt ist die Autorität der Bibel für einen klassischen Christen ist die Bibel die Autorität das Wort Gottes unentstellend es werden einige Beweise dafür herangebracht wir sagen ist die Bibel wirklich ein Buch auf das man sich 100% verlassen kann das heißt Satz für Satz wir glauben dass in diesem Buch viele Weisheiten drinstehen wir achten dieses Buch wir glauben wir lesen dieses Buch nicht auf der Toilette weil wir dieses Buch respektieren wir legen dieses Buch nicht auf den Boden aber wir fragen weil wir wissen dass hier Dinge drin sind die von Gott gekommen sind auch wenn es natürlich jetzt übersetzt ist aber wir haben Respekt vor diesem Buch für das was Gott von der Wahrheit die von Gott enthalten ist aber wir sagen ganz deutlich dass der Koran gekommen ist und das ist unser fester Glaube unsere feste Überzeugung die Wahrheit jetzt schauen wir ist es wirklich so dass Dinge darin verändert wurden ist es wirklich so natürlich vom christlichen klassischen christlichen stammt aus natürlich nicht ist undenkbar wenn jemand sagt ja die Botschaft ist entstellt worden dann muss er sagen ja woran glauben wir denn jetzt weil dann können dann können auch gerade die Dinge die für die Botschaft wichtig sind entstellt worden sein dann schauen wir uns beispielsweise die Bibel an und wir wissen wenn Gott der Autor der Bibel ist dann schauen wir uns mal was da drin steht in erster Genesis steht Genesis 1 dort steht dass Gott die Welt erschaffen hat in sieben Tagen beziehungsweise in sechs Tagen am siebten Tag ruhte er von seinen Mühen und dann steht am ersten Tag er schaffte Tag und Nacht es wurde morgen und Abend der erste Tag es war am ersten Tag jetzt wurde am dritten Tag die Erde geschaffen am vierten Tag die Sonne wie kann es sein dass am ersten Tag Tag und Nacht wird und es ist noch gar keine Sonne und gar keine Erde da wie ist das möglich dann wir bringen nur einige Beispiele man kann hunderte Beispiele bringen und trotz alledem trotz alledem respektieren wir die Wahrheit die da drin steht wir machen uns nicht lustig darüber trotz alledem respektieren wir das und dann sagt er die Pflanzen wurden am dritten Tag erschaffen und die Sonne am vierten wie können Pflanzen wachsen ohne Sonnenstrahlen dann gucken wir weiter in Genesis 2 das ist dann das nächste Kapitel was kommt ein ganz anderer Schöpfungsbericht und in diesem Schöpfungsbericht steht dass die Tiere nach den Menschen erschaffen wurden aber im ersten Schöpfungsbericht steht genau andersrum dass die Menschen nach den Tieren erschaffen wurden das heißt wir finden Dinge die absolut nicht von Gott sein können ganz deutlich dann geht es weiter wir haben Esra 2 und Nehemiah 7 Esra 2 und Nehemiah 7 beschreiben die den Auszug der Kinder Israels der Juden würde man sagen um es richtig zu verstehen aus Babylonien und dann werden diese ganzen Stämme aufgezählt die ganzen Stämme werden aufgezählt und dann wird immer die Anzahl der Personen genannt wenn man sich das anguckt dann findet man zwischen Esra 2 und Nehemiah 7 insgesamt 18 Widersprüche 18 Widersprüche insgesamt und wenn man die Zahlen zusammenzählt dann findet man dass in beiden eine andere Summe rauskommt natürlich wer kommt schon auf die Idee das zusammenzählt aber es zeigt ganz deutlich dass Gott nicht der Autor dieser Dinge sein kann dann weiter in Markus 1 12 bis 13 da steht dass Jesus getauft wurde und dass er danach dass er danach 40 Tage in die Wüste gegangen ist dieselbe Geschichte in Johannes 2 1 bis 11 dort steht dass er danach erst mal auf eine Hochzeit gegangen ist eine Hochzeit in Kanaan das heißt welches richtig ist er in die Wüste gegangen für 40 Tage oder ist er direkt auf diese Hochzeit gegangen unmöglich zu vereinbaren dann in Matthäus 17 11 bis 13 steht dass Johannes der Täufer Jahia der wiedergeborene Elias ist aber wir lesen in Johannes 1 19 bis 21 dieselbe Bibel lesen wir dass Jahia der Prophet Gottes Johannes der Täufer gefragt wird bist du der Christus der Messias er sagt nein ich bin es nicht dann wird er gefragt bist du der wiedergeborene Elias er sagt nein ich bin es nicht aha widerspricht er Jesus oder weiß Elias nicht warum er gekommen ist und dann wird er gefragt bist du der Prophet wir stellen zwei Fragen wie kommt es dass Johannes der Täufer Jesus widerspricht hat er gelogen natürlich nicht er ist ein Prophet Johannes der Täufer ist ein Prophet oder ist das ein Widerspruch und dann die zweite Frage wer ist der Prophet nach dem gefragt wird wer kann dieser Prophet sein nach dem Messias außer der Prophet Mohammed bei solchen Dingen muss man präzise sein und aufmerksam sein dann Nächster Punkt in Matthäus 2 13 bis 23 steht dass Jesus nach seiner Geburt nach Ägypten geflohen ist und erst nach dem Tod von Erhodes wieder gekommen ist in Lukas 2 4 steht aber dass er nach 8 Tagen beschnitten wurde und dann nach Jerusalem gebracht worden ist was ist richtig Ägypten und Jerusalem und so geht es weiter und weiter und weiter und das was wir sehen in der Bibel bestätigt das was der Koran sagt dass dort Fehler hineingekommen sind und das zeigt uns die Aussage des Korans richtig jetzt fragen wir was sagt die Bibel über sich selber die Bibel ist das was das Wort Gottes bringt was das Gesetz Gottes bringen soll die Gesetze Gottes wir lesen in Jeremia 8 Vers 8 lesen wir das Wort steht wie könnt ihr sagen das Gesetz Gottes ist bei euch und die Weisheit ja aber der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht steht in der Bibel der Lügengriffel der Schreiber hat es zur Lüge gemacht was sagt der Koran Suga 2 Vers 79 und dann sagt sie das ist von und 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 kaufen damit einen geringen Preis den weltlichen Preis das heißt die erste Sache der erste große Unterschied zwischen Islam und Christentum die Autorität der Bibel zeigt ganz eindeutig dass das was der Koran sagt die Wahrheit ist und das was Christentum sagt in diesem Fall ich lese etwas anderes vor hier ist ein Professor der amerikanische gelehrte Professor Dr. Stephen Emmel schreibt Wissenschaftler sagen schon lange dass die Geschichte von Jesus wohl anders verlief was damals wirklich passierte ist aber umstritten auch die Bibel Evangelien sind wahrscheinlich nicht nicht von Augenzeugen geschrieben worden höchst wahrscheinlich werden wir nie erfahren wer Jesus war oder ob es ihn überhaupt gegeben hat wir sagen wenn du wissen willst wer Jesus war was seine Botschaft war dann geh zum Koran denn das ist die unveränderte originale Botschaft von Jesus wie ein Prophet von allem wie ein Prophet wie die anderen Propheten die Allah gesandt hat kam der Prophet Isa von der Jungfrau Maria geboren mit einem Heiligen Buch mit Wundern tot lebendig gemacht aus totem Material lebendig gemacht kranke geheilt und den Allmächtigen Gott angebetet und deswegen müssen wir Isa den Christus den Messias zu unserem Vorbild machen und er war ein Diener des Allmächtigen Gottes und deswegen müssen wir auch Diener des Allmächtigen Gottes sein und das ist die korrekte Botschaft und der Allmächtige Gott hat es nicht zugelassen dass dieser Mensch gekreuzigt wird von seinen Feinden denn der der am Kreuz stirbt der am Holze hängt ist verflucht steht im Allentestament die seine Geschichte die Leute erfunden haben damit man nicht an ihn glaubt damit man sagt der ist verflucht damit keiner an ihn glaubt der ist verflucht am Kreuz gestorben dann schauen wir uns die Bibel nochmal an ob sie von Gott geschrieben Gott ist wenn jetzt beispielsweise jemand eine Offenbarung kriegen würde wir wissen der Prophet Mohammed ist der letzte Prophet aber was wird wird man sagen man wird sagen dies habe ich von Gott bekommen von Gott offenbart bekommen oder oder sage ich ja ich habe selber nachgegangen habe die Sache erprobt ob das alles richtig ist und dann habe ich das mal so aufgeschrieben nein weil es ist ja wichtig weil aufschreiben und nachgehen und erforschen kann jeder kann ich kannst du kann Müller Meier Schwitz aber von Gott eine Offenbarung kriegen kann nicht jeder so jetzt die evangelisten sollen angeblich vom Gott inspiriert gewesen sein ja das Wort Gottes jetzt lesen wir mal in der Bibel Lukas 1 und da soll jeder fragen und jeder Christ soll sich ehrlich fragen ob dies das Wort Gottes ist im Koran fängt es an Elif la mim dies ist das Wort des allen Mächchen Gottes vor erhab gesandt vom Aller Bar jetzt guck mal was hier anfängt hier schon viele haben es unternommen einen Bericht über all das abzufassen was sich unter unserer eigenen erfüllt hat nun habe auch ich entschlossen allem vom Grund auf sorgfältig nachzugehen um es für dich hochverehrter Theophilus der Reihe nach aufzuschreiben ist das das Wort Gottes schon viele haben es unternommen lieber Theophilus und habe auch ich mir vorgenommen alles der Reihe nach aufzuschreiben er erwähnt hier an keiner stellt dass er von Gott inspiriert ist geschweige denn dass er sagt das Wort Gottes ist es haben schon viele unternommen man würde sagen nur wenige haben eine Offenbarung von Gott bekommen nur wenige waren von Gott inspiriert gewesen nicht schon viele haben es unternommen aber auch ich mich entschieden bitte jeder der hier ist jeder Christ der hier ist jeder Muslim der hier soll darüber nachdenken mit offenem Herzen ist dies das Wort Gottes ist dies das Wort Gottes und vor allem wann wurden diese Evangelien zusammengestellt wann wurden die Bücher des Neuen Testament das 27 Stück an der Zahl wann wurden sie kanonisiert 361 nach Christus 361 nach Christus subhanallah und selbst die Bibel Gelernte wissen nicht wer sind die Schreiber wenn ich dir einen Schick geben würde außer die Vornamen Matthäus Markus Lukas Johannes wenn ich dir einen Schick geben und schreibe meinen Vornamen drauf würdest du den akzeptieren würdest damit zur Bank gehen und würdest damit Geld abhehlen können wer Matthäus wer Markus wer Lukas die eigenen christlichen Gelehrten sind darüber im Zweifel wer sind diese Personen ich kann es dir zeigen wo in der Geschichte der Menschheit wird ein Vorname als ein authentisches Dokument gewertet wo nirgendwo nur in der Bibel hier Matthäus die Überschrift des ersten Evangeliums nennt ein Matthäus als Verfasser und will wohl auf den Zöllner von Kafernaum verweisen will wohl war er auch ein Zeuge nein dann nächster Lukas dann Lukas hier Lukas legt seinem Evangelium den dreistufigen Aufriss des Markus Evangeliums zugrunde dann Markus Evangelium ja und dann steht natürlich Lukas war ein Bekannte von wem Paulus von Paulus hier dann hier hier Evangelium von Markus der Anhang er schreibt jetzt hier der Anhang 16.9 von dem Evangelium also das Evangelium hat einen Anhang wurde erst im 2. Jahrhundert von unbekannter Hand angefügt vermutlich weil der jene Schluss 16.8 nicht befriedigte hier steht drin Einheitsübersetzung wurde vermutlich angefügt von unbekannter Hand weil der Schluss nicht befriedigte das ist das Wort Gottes das ist ein worauf das du dich verlässt ich frage dich das ist unser Punkt darüber sollte man nachdenken der nächste Punkt zu wem wurde Jesus gesandt der Koran sagt er wurde nur zu den Kindern Israels gesandt der Prophet Mohammed Zaslam sagt er wurde nur zu den Kinder Israels gesandt Christen sagen er wurde zu allen Menschen gesandt schauen wir was die Bibel sagt in der Bibel steht Matthäus 15 Vers 24 Matthäus 15 Vers 24 dass eine Frau zu ihm kommt sie will geheimt werden sie ist nicht von den Kindern Israels er sagt ich ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel hier das heißt dieser Punkt der zweite Punkt der die Bibel bestätigt ganz deutlich den Koran ganz deutlich jetzt sagt natürlich ein Christ ja warte mal aber an anderer Stelle sagt er geht zu allen Nationen und tauft sie im Namen des Vaters des Sohnes des Heiligen Geistes was sagen wir dazu Widerspruch entweder Widerspruch oder Jesus hat gelogen oder mit den geht zu allen Nationen sind die Nationen vom Hause Israel gemeint und das ist die islamische Position entweder gelogen oder Widerspruch oder zu den verlorenen schaffens Haus Israel geht zu allen Nationen weil vielen die man das erzählt du erzählst ihn hier bitte Matthäus 15 Vers 24 ich bin nur zu verlorenen schaffens Haus Israel dann sagt er zu dir ja ja das darfst du so nicht sehen du musst die ganze Bibel nehmen an anderer Stelle sagt er ja guck mal hier geh zu allen Nationen nicht ich muss die ganze Bibel nehmen du eigentlich nein du findest keinen Ausweg daraus widerspruch ich bin nur gesandt zu verlorenen Schaffens Israel oder zu allen Menschen nur er hat nicht gesagt ich bin gesandt zu verlorenen Schaffens Haus Israel könnte man sagen okay das schließt nicht aus dass er nicht noch zu anderen gesandt wurden ich bin nur nur gesandt und verlorenen Schaffens Haus Israel andere Erklärung sei es zweiter Punkt erster Punkt Bibel nicht authentisch Islam wird von Bibel bestätigt Jeremia 8 Vers 8 von den Dingen die wir finden zweiter Punkt zu wem ist er gesandt worden Koran Islam sagt nur zum Verlorenen Schaffens Israel Haus Israel Bibel bestätigt Nächster Punkt Erbsünde wir Wurde diese Sünde weiter vererbt diese Erbkrankheit haben das Erbsünde an alle Menschen vielen habe ich das erzählt der lügt der erzählt Quatsch was Christentum ja sowas darf welcher Christ bist du welche Gruppe ich habe heute alles mitgebracht hier holmisch katholisch griechisch katholisch lutherisch performierte Kirche tut mir leid wenn du noch zu einer anderen Gruppe gehörst ich kann natürlich nicht alle einzelnen Gruppen im Christentum abhaken aber mir geht es nicht darum was lehrt die Bibel sondern was lehrt die Kirche weil ich sage nicht dass die Kirche das lehrt was Gott offenbart hat als dann gucken wir jetzt mal was sagt die Bibel was sagen die was ist die Definition ein kleines Kind wird im Christentum mit einer Sünde geboren als Sünder ja habe ich gesagt im Islam was sagt der Koran keine Last Seele trägt die Last der anderen wenn er Christ ist muss er sich mit der Erbs Sünde identifizieren dass das Baby schuldig auf die Welt kommt deswegen findest du heute in katholischen Krankenhäusern noch die Nottaufe falls das Kind zu früh kommt schnell taufen ansonsten geht es in die Hölle Synode von Katago 405 dass Kinder die nicht getauft sterben in die Hölle gehen weil klar du glaubst dass jeder Mensch mit der Sünde geboren wird und der einzige Rettung ist dass du daran glaubst dass Jesus für deine Sünden geflorben ist und dass du diesen Tod annimmst aber wie will den jemand annehmen der im Dschungel lebt oder in der Antarktis oder der vor Jesus gelebt hat gibt es verschiedene Erklärungen verschiedene Erklärungen gibt es als allererstes die islamische Erklärung jemand der beispielsweise im Dschungel lebt hat ihr was von Mohammed gehört der gehört und dann nicht in den Glauben in dem besteht womit ich bekommen bin egal ob Jude oder Christ wird in die Hölle gehen der von mir hört im Koran wenn ich im Gesamten entgegensetze nachdem in die Rechtsleitung Kha geworden ist Klage von dem der danach werden wir dem zuwenden dem er sich zugewendet hat und in der Hölle schmoren lassen viele Verse und wenn jemand vorher gelebt hat hat anderen Propheten gefolgt er hat den Propheten von vorher gefolgt auf welcher Vers spricht auf ihn zu die die glauben jetzt die Muslime die Juden gewesen sind mit Moses waren und die Christen die mit Jesus waren die der richtigen Botschaft gefolgt sind anderen Propheten gefolgt sind die werden keine Angst und gute Werke getan haben die werden keine Angst haben und ihren Lohn bei ihrem Herrn haben was ist mit jemand der nie etwas gehört hat er kann seiner Fitra folgen und Allah lässt ins Paradies weil Muslim ist jemand der sich Gott ergebt aber wenn er von Gott gehört hat du musst dem Propheten folgen hat er sich Gott nicht ergeben dann ist er verloren das heißt Islam hat für jeden eine Lösung was ist mit jemanden mit kleinen Kindern von Christen es gibt Hadith von Prophet wo Abraham im Paradies sieht und da sind auch die Kinder von dem Muschikun bei und derjenige der keine Botschaft bekommen hat kann am jüngsten Tag noch eine Probe bekommen das heißt der Islam gibt dir für jedes Szenario eine Lösung jetzt kommen wir zum Christentum du sagst durch die Sünde eines einzelnen Menschen sind alle zu Sündern geworden und wer eine einzige Sünde hat Gott mit dem Baby was ist mit der Erbsünde geboren hat den Opfertod nicht angenommen ja Gott ist barmherzig wenn du jetzt sagst Gott ist barmherzig gibt es keine Erbsünde und dann war der Opfertod von Jesus nicht notwendig gewesen dann ist deine Botschaft kaputt dann sagst du okay geht doch in die Hölle ich will mich hinsetzen ja ja gib mir meinen Stuhl ich will nur einen Stuhl haben ich stehe sowieso gleich wieder auf aber ich will mich hinsetzen der ist groß ich denke ich sitze auf der Theke das ist super hallo da bin ich wieder ja wir sagen wir stehen entweder er sagt er kann ins paradies kommen dann war der Opfertod von Jesus nicht notwendig dass es Christen so widerlegt oder er sagt er die Hölle dann sagen wir Christen ist keine universelle Welt religion der Vogel ist der erzählt stimmt doch gar nicht okay kein Problem römisch katholische Kirche Normen und Beschlüsse des Konzils Subtrient ja Seite 24 Libri Symbolici Ecclesiae Romano Katholice habe ich bestimmt schlecht ausgesprochen aber egal wenn jemand behauptet dass Adams Übertretung diesem alleine und nicht seiner Nachkommenschaft geschadet hat und dass er Adam die vom Gott empfangene Heiligkeit und Gerechtigkeit die er verlor für seine Person allein und nicht auch für uns verloren hat oder dass jene Adam durch die Sünde des Ungehorsams befleckt lediglich den Tod und die Strafen des Körpers auf das ganze Menschen schlecht übertragen habe nicht aber auch die Sünde nicht aber auch die Sünde übertragen hat die er getan hat nicht nur den Tod sondern auch die Sünde ja die der Tod der Seele ist sei er verflucht sei er verflucht bitteschön römisch-katholisch sind sie römisch-katholisch überlegen sie ob sie sich damit identifizieren können wenn nicht vielleicht könnte ich mich eher damit identifizieren dass der Islam sagt dass der Mensch ohne Sünde geboren wird griechisch-katholische Kirche diese Erbsünde das ist Petrus Mobilas Paragraf 3 Antwort 20 so diese Erbsünde ist von Adam auf die ganze menschliche Natur übergegangen weil damals alle in Adam waren und so durch den einen Adam die Sünde auf uns alle kam diese Erbsünde kann durch keine Sinnesänderung hinweggenommen werden das heißt diese Sünde kannst du nicht durch Toba wegnehmen das heißt ich ändere meine Sinne Lutherische Kirche ja Protestanten wenn sie Lutherische Kirche sind hier ebenso lehren sie die Kirche dass nach Adams Fall alle Menschen mit der Sünde geboren werden Lutherische Kirche ja weiter reformierte Kirche wir glauben auch dass dieses Übel in Wahrheit Sünde ist die hinreicht das ganze menschliche Geschlecht zu verdammen und jetzt gut aufgepasst bis zu den kleinen Kindern im Mutterleib bis zu den kleinen Kindern im Mutterleib gallikanisches Bekenntnis Seite 224 jetzt wo kommt das her Erbsünde hm was sagen die Juden dazu die Juden sagen dazu all das ist ganz der Ansicht des Judentums entgegensetzt diese bestreiten nicht dass der Mensch eine gewisse Neigung zur Sünde sozusagen mit und sich später mit Sünde belastet dann was denken wir wo die Sache herkommt von der Erbsünde gucken wir mal weil meine Meinung kennt man mittlerweile vielleicht schon guck mal was was Seligmann Pick sagt ein jüdischer Gelehrter der Widerspruch des Judentums setzt erst mit dem Gegensatz gegen das Judentum ein der in der neuen und dann entscheidenden Phasen des Christentums in der in der paulinischen Theologie und Mission eintritt das heißt wer Paulus dann haben wir hier nochmal kurz hier kleiner katholischer Katechismus ja Seite 19 die Sünde Adams und ihre schlimmen Folgen haben alle Menschen geerbt so was sagt der Koran nein was sagt die Logik nein was sagt die Bibel Apollos sagt ja aber Paulus ist ja auch in der Bibel ich weiß nicht wie er reingekommen ist aber ist auch da drin aber die Bibel sagt in Hesekiel 18 Vers 21 nein jeder stört nur für seine eigene Schuld jeder wird nur für das belangen was er getan hat das heißt wir sehen wieder die Bibel widersprücht sich in diesem Punkt und wer hat den Widerspruch gebracht Paulus weiter das war die Erbsünde und jemand der Katholik ist soll sich fragen womit kann er sich eher identifizieren mit der Erbsünde oder mit dem Glauben des Islam nächster Punkt wer ist Jesus wir haben gesagt Jesus ist laut Christentum Gott und Sohn Gottes gleichzeitig nein das stimmt doch gar nicht er ist nur der Sohn Gottes Moment katholischer Katechismus der Vogel hat keine Ahnung der erzählt uns hier einen vom Weihnachtsmann hier hier steht es Seite 13 wie viele Personen wie viele Personen sind in Gott wie viele Personen sind in Gott ja das könnte man auch formulieren wie viele göttliche Personen gibt es ja ist nur anders formuliert Deutschland besser an sonst würde sich aber Politismus anhören hier in Gott sind drei Personen der Vater und der Sohn und der Heilige Geist jede der drei Personen ist wahrer Gott die drei göttliche Personen sind aber nur ein Gott habt ihr das verstanden jeder dieser drei göttliche Personen ist wahrer Gott aber alle zusammen nur ein Gott eins plus eins plus eins sind eins was ist denn jetzt wenn jemand nicht glaubt dass Jesus Gott ist Seite 21 wer nicht glaubt dass Jesus wahrer Gott ist kann sich nicht Christ nennen sind nicht meine Worte kleiner Katechismus der Katholiken dann gucken wir weiter das brauche ich eigentlich nicht mehr zu bringen es war ja hier schon klar wie Klosbrüder dass an die Trinität geglaubt wird und das auch von allen Kirchen ja Protestanten wie Katholiken ok was sagt der Koran dazu was sagt der Koran dazu wenn jemand sagt Jesus ist Gott schauen wir uns an was Allah in Surah 19 sagt Jesus Aes Aes kam mit seiner Mutter auf dem Arm und er war ein Baby gerade geboren und die Mutter sollte nichts sagen und sie kamen dorthin und die haben gesagt wie wie kommt es dass du ein Kind hast wie kommt es dass du ein Kind hast dein Vater war kein schlechter Mann und deine Mutter das war keine Prostituierte gewesen wo hast du das Kind du bist doch gar nicht verheiratet und sie zeigt auf das Kind was sagen die die sagen wie soll man mit jemandem sprechen der in der Liga als Säugling liegt und dann was passiert und dann fing Jesus an zu sprechen als Baby sagt inni abduhah atani الكتاب واجعل ni nabiyah واجعل ni mubare can ayn ma kun tu wau sani bi salati wal zakaa madum tu huyya wabran bwalidati wlam yajjall ni jiabbar an shakya wassalam alaiya yowm ulit wajum amut wajum ubaath huyya wajum iisem holyu waca wala 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 Ich fahre euch die Gesichter vor, der Leute drumherum. Welche Geburtsgeschichte ist besser? In der Bibel oder im Koran? Vor allem fängt das Baby an zu sagen, ich bin ein Gesandter Gottes. Er hat mir das Buch gegeben und hat mich zu einem Propheten gemacht und hat mich segensreich gemacht, wo immer ich bin. Und hat mir das Gebet angefohlen und dieser Kerl, deswegen betet er auch, dieser Kerl, Steu, Spendel. Und Friede ist auf, wenn ich den Tag, wo ich geboren wurde, den Tag, wo ich sterbe und den Tag, wo ich wieder auferweckt werde. Und gütig zu meiner Mutter, gütig zu seiner Mutter. Was würdet ihr davon halten, wenn jemand sagt, zu seiner Mutter, Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Ist das gut? Meint ihr, das würde ein guter, gläubiger Mensch sagen, sowas? Würde das ein guter, gläubiger Mensch sagen? Würde das ein Prophet sagen? Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Bibel, Johannes 2, Vers 4. Jesus soll zu seiner Mutter gesagt haben, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Kann man nachlesen, Johannes 2, Vers 4. Dann welches ist das Beste, das von Islam oder vom Christentum? Im Islam steht, gütig zu seiner Mutter, hier steht, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Was habe ich mit dir zu tun, Frau? Jetzt weiter. Und dann geht es weiter und dann spricht Allah, sagt er, sagt er, Allah, gezieht es nicht, sich einen Sohn zu nehmen. Gepriesen sein er. Und dann sagt Jesus, ja, Allah ist mein Gott und euer Gott, so dient ihm. Das ist die Botschaft. Jetzt können wir die Botschaft kurz zusammenfassen, ja? Jesus sagt, er ist ein Diener Gottes. Guck mal, was in der Bibel steht. Matthäus 26, Vers 39, er ging zwei Schritte weiter, oder drei, fiel mit seinem Angesicht zu Boden und betete. Zu wem? Zu sich selber? Oh Gott, lasse diesen Kelcher mir vorübergehen, aber nicht mein Gelöser, sondern dein Wille geschehen. Wäre Jesus Gott gewesen, dann wäre dieses Gebet ja unsinnig gewesen, oder? Weil dann wäre ja sein Wille gleichzeitig der Wille des Vaters gewesen, dann hätte das Gebet keinen Sinn gehabt. Aber was zeigt das hier, dass Jesus ein Diener Gottes ist? Nächster Punkt, Prophet. Wir sagen, Jesus ist ein Prophet, ja? Guck mal, was die Bibel sagt, an den Stellen, die korrekt sind. Als die Menschen sahen, was er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Das heißt, die Menschen haben ihn als Propheten gesehen. Dann, was sagt er selber über sich? Was sagt er selber über sich? Er wurde nicht angenommen in seine Heimat, auch dann sagt er, ein Prophet wird nie in seiner Heimat anerkannt. Das ist in Lukas 4, Vers 24. Das heißt, Bibel besteht die Prophet, Bibel besteht die Diener Gottes, alles, was wir bisher gesagt haben. Dann, Taurit, wir haben gesagt, Jesus hat zum Eingottglauben aufgerufen, ja? Normalerweise das größte Gebot im Christentum muss ja sein, glaube dann, dass Jesus zu deinen Sünden gestorben ist. Er wird gefragt, was ist das größte Gebot? Was sagt er? Welches Gebot ist das erste von allen? Markus 12, Vers 28. Grüeu Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Gott. Er sagt nicht, ich bin der einzige Gott, aber wir sind drei Personen, ja? Darum sollst du den Herrn, dein Gott lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzen Geist und ganzer Kraft. Markus 12, 28 bis 30. Dann weiter. Matthäus 4, 9 bis 10. Jesus, der Teufel, kommt zu ihm und bringt ihn auf einen Berg, sodass Jesus alle Reiche der Erde sehen kann. Erstmal, das zeigt, dass der Schreiber der Liebe gedacht hat, die Erde wäre eine Scheibe, dass du auf einen Berg gehst und kannst dann alle Reiche der Welt sehen, ja? Und dann sagt er, wenn du vor mir niederfällst, der Teufel sagt zu Gott, wenn du vor mir niederfällst, gebe ich dir die ganze Welt. Dann sagt Jesus, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, sollstest du vor Gott alleine niederwerfen und ihm dienen. Das Pala wird wieder bestätigt, genau was der Koran sagt. Dann, Matthäus, das ist das. Dann, Tauhid, dann Trinität. Was sagt der Koran zur Trinität, dass Jesus Gott ist? Suche 5, Vers 17. Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, der Messias, der Sohn der Maria ist Gott. Dann, 5, Vers 73, was steht dort? Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, Allah ist einer von dreien, das heißt Trinität. So, dann gucken wir mal in der Bibel, ob Jesus Gott ist. Wir haben schon so viele Beweise dagegen gefunden, der sagt Prophet, war Diener Gottes, schauen wir mal nach, ja, okay, gucken wir mal. Ist Gott allwissend? Gott ist allwissend, oder? Okay. Das heißt, Gott will natürlich auch, dass wir ihn erkennen, oder? Will kein Geheimnis draus machen. Wenn es darum geht, ob ich ins Paradies und die Hölle gehe, dann macht Gott keinen Spaß. Ja, dass er sagt, ja, du kannst ihn vielleicht nicht erkennen, ich habe mich versteckt. Und, so, Markus 13, Vers 32 steht, es fragt ihn jemand, wann ist der jüngste Tag? Was sagt Jesus? Dann muss er sagen, ich weiß, wann, oder, wenn er Gott ist? Wenn er es nicht weiß, ist er nicht Gott. Oder lügt er? Er sagt, das weiß nicht ich, das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur der Vater, Gott. hat er gelogen? Ah, nein, nein, das haben wir falsch verstanden. Das war gerade seine menschliche Seite. Deswegen hat er etwas von seiner Göttlichkeit abgegeben, deswegen, gerade hat seine menschliche Seite, seine menschliche Seite, warum hat er nicht gesagt, ja, pass auf, glaub mir nicht, was ich dir erzähle, ich weiß eigentlich schon, wann der jüngste Tag ist, aber im Moment spricht meine menschliche Seite. Subhanallah, was ist mit diesem Menschen? Dieser Mensch geht von ihm weg, sagt, ja, das ist nicht Gott. Der sagt, nur Gott weiß, wann der jüngste Tag ist. Ich dachte, das wäre offenbart worden, damit wir ins Paradies gehen, nicht damit wir in die Irre geleitet werden. Wenn du daran glauben musst, dass Jesus Gott ist, und er sagt zu dir, stell dir vor, Jesus kommt runter, damit du weißt, dass er Gott ist, und du fragst ihn, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, weiß ich, ich weiß nur Gott. Denkst du, der ist Gott? Okay, kein Problem. Dann, wo Jesus ganz deutlich vermeint, dass er Gott ist. Das fragt ihn jemand, guter Meister, das ist Markus 10, Vers 28 jetzt, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was sagt er, laut Bibel? Was müsste er nochmal sagen? Ganz einfach, du musst glauben, normalerweise, wenn du einen Missionar auf der Straße hast, was muss ich machen, um ewiges Leben zu bekommen? Das hat er, kein Problem, bezeuge, dass du ein Sünder bist, nehme Jesus als sein Opfer an, der ist der lebendige Gott, der auf die Welt gekommen ist. Frag einen draus, das würde jeder sagen. Wenn du zu dem Missionar sagen würdest, ja, was ist mit den 10 Geboten, würde er sagen, ja, das ist auch wichtig, aber das ist Nebensache. Hauptsache, ja, du glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist, weil die Gebote kannst du sowieso nicht einhalten, bist du zu schwach fühlen. Okay, kein Problem, kein Problem. Du gehst hin, zu dem Missionar, nochmal, wie komme ich ins Paradies, er wird dir sagen, glaube daran, dass Gott als Mensch, Jesus, für dich auf die Welt gekommen ist und für dich zu sterben, bekenne deine Sünden, nehme Jesus in dein Leben auf und du wirst gerettet. So, was müsste Jesus jetzt antworten? Das ist christlicher Raum. Jesus muss antworten, guter Meister, du hast schon richtig verstanden, ich bin der gute Meister, nicht bin Gott, ich bin auf die Welt gekommen, klare Worte, ja, und ich komme, um für deine Sünden zu sterben, deswegen, lass doch meinen Tod taufen oder nimm das an, dass ich dann auch vertot bin, oder? Klare Antwort, dieser Mensch will klare Antwort haben. Jesus ist der Beste, der ihm das sagen kann. Was sagt Jesus? Laut Bibel? Er sagt, was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Ist Jesus Gott? Wallahi, Wallahi, ist dieser Mensch Gott? Was nennst du mich gut? Es gibt keinen, der gut ist, außer Gott. Du bist bei der Arbeit? Dann kommt ein Freund zu dir, sagt, hey, Arbeitgeber, kannst du mir bitte freigeben? Ich brauche Urlaub. Dann sagst du, hey, hör mal, ich kann dir keinen freigeben. Der Einzige, der dir freigeben kann, ist der Arbeitgeber. Ich bin nur Mitarbeiter. Bist du dann trotzdem der Chef? Jeder Mensch, der ehrlich zu sich selber ist, wird sagen, dass die Bibel sich im Mindestens widerspricht, wenn wir sagen, dass Jesus Gott sein soll. Und wie gesagt, laut allen Kirchen, wenn ich glaube, dass Jesus Gott ist, außer einiger, Sekten, ist er raus. Ist er weg, verloren. So gut, weiter im Text. So, dann Matthäus 21. Gott ist allwissend, oder? Jesus sieht angeblich einen Feigenbaum in der Ferne. Sieht einen Feigenbaum. Feigenbaum. Meine Knie. Sieht einen Weigen, einen Feigenbaum in der Ferne. und er hat Hunger. Hat Gott Hunger? Dann geht er zu dem Feigenbaum und dann sieht er an dem Feigenbaum gar keine Feigen. Wie ich, Gott muss doch wissen, ob der Feigenbaum Feigen hat oder nicht. Und dann verflucht er den Baum und der Baum fällt auseinander. Das heißt, das erscheint uns, dass er wütend gewesen ist auf dem Baum, weil der Baum keine Feigen hatte. Und dann steht der Name, es war gar keine Saison vom Feigen gewesen. Subhanallah. Ich denke nicht, dass jemand auf die Idee kommt zu sagen, dass derjenige, der so beschrieben wird, dass das Gott ist. Keiner. Keiner, der ehrlich zu sich selber ist. Wir haben jetzt gesandt die Autorität der Bibel, wir haben die Erbsünde, wir haben zu wem wurde er gesandt, wir haben das Wesen von ihm. Und in jedem Punkt muss man mindestens sagen, dass die Bibel Widersprüche bringt. Jetzt, Kreuz tot. Kreuz tot. Bringen wir mal den Kreuz tot. Hier steht, ob es da auch Widersprüche gibt. Die Bibel, der Koran sagt ganz eindeutig. وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحِ أَيْسَمْنَا مَرْيَا مَرْسُّلُّلُّلَّهِ Und wegen ihrem Wort. Wir haben den Jesus, den Sohn der Maria, den Messias getötet. Rasulullah, den Gesandten Allahs. وَمَا قَتَلُّهُ وَمَا سَلَهُ وَلَا كَنْ شُبِهَا لَهُمْ Doch sie haben ihn nicht getötet und sie haben ihn nicht gekreuzigt. Es erschien ihnen nur so. Es erschien ihnen nur so. Und da gibt es verschiedene Geschichten, was passiert sein könnte. Aber für uns ist wichtiger, wurde nicht gekreuzigt. وَإِنَّ الَّذِينَ Und diejenigen, die darüber eine Meinungsmaschine haben, haben wirklich Zweifel darüber. وَمَا قَتَلُّهُ يَقِينَ Und sie haben ihn nicht getötet. وَلَا رَفَعُ اللَّهُ لَيْهُ Sondern Allah hat ihn zu ihm aufgehoben, in den Himmel. Allah hat ihn zu ihm hochgeholt. Und subhanallah, wir haben heute ein Evangelium, was natürlich nicht in die Bibel aufgenommen wurde, von Barnabas, das genau das bestätigt. Eine Geschichte erzählt, die ist nicht von Muslimen. Erzählt, der Judas, der ihm verraten hat, dass er das Bild von, aber ihr wisst nicht, ob die Geschichte authentisch ist, sondern ich erzähle die Geschichte nur, dass es andere Meinungen darüber gibt. Dass dieser Judas, dass er das Bild bekommen hat von Jesus, dass er gekreuzigt wurde. Jetzt. Wie ist Judas denn gestorben? Genau zu diesem Judas, und dann sagt das Barnabas der Vergebung, dass Jesus aufgezogen wurde in den Himmel, zu Gott. Jetzt kommen wir mal, und wir sagen nicht, dass das Barnabas der Vergebung, das originale Evangelium, das wollte ich nur kurz gesagt haben. Jetzt schauen wir mal, schauen wir mal kurz, was mit Judas passiert. Der an, wo das Barnabas der Vergebung, diese Geschichte erzählt, die von der wortlichen Bedeutung her, dem Koran entsprechen würde. Was steht dort? Dort steht, dass Judas, an einer Stelle, Matthäus 27 steht, Judas hat sich erhangen. Und an der anderen Stelle, Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, er ist weggefallen, und seine Eingeweide fiel hinaus. Es sind zwei verschiedene Geschichten für genau diese Person, wo das Barnabas Evangelium sagt, das ist derjenige, der gekreuzigt wurde. Wie ist er denn jetzt gestorben? Ja, da hat sich aufgegangen, ist er runtergefallen? Nee, 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 nee. Es steht, in Matthäus 27, Vers 4 steht, er wollte das Geld, was er für den Verrat bekommert, in den Tempel zurückbringen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, und dann hat er das Geld weggenommen, weggeschmissen, ja? In Apostelgeschichte 1, Vers 18 steht, er hat dieses Geld, hat sich ein Ackerläufchen gekauft. Das heißt, klarer Widerspruch. Das heißt, wenn du sagst, das ist kein Widerspruch, ist das andere Widerspruch. Und außerdem heißt das Wort im Griechischen, ja, dass man beim Erhängen gestorben ist. Und wenn er, und wenn der Hass brechen würde, dann natürlich in dem Moment, wo er zappelt, und nicht, wenn er schon tot ist. So, dann. Nächste Beispiel. Dann, dann überhaupt die Logik dahinter. Wir haben schon gesagt, wenn wir sagen, Jesus übernimmt die Sünde, die Strafe für die Menschen, dann würde der Kreuz tot nicht reichen, sondern müsste für ihn, wie kann er in die Hölle gehen. Dann, nächster Punkt, und jetzt müssen wir uns wieder in Erinnerung rufen, die Botschaft von Jesus soll ja gewesen sein, um zu kommen, um für die Menschen als Opfer zu sterben. Das heißt, derjenige, der stirbt, der muss ja damit einverstanden sein, dass er stirbt, oder? Oder nicht? So, jetzt sehen wir, Matthäus 26, Vers 39, er betet und es steht, er hatte Angst gehabt und Schweiß kam von seiner Stirn und sagte, oh Gott, lass mich nicht sterben. Wofür? Der wollte doch sterben. Der wollte doch sterben. Jetzt ist es so, wie Gott hat die Mörder vor sich versammelt, wie ich eben schon erzählt habe, ja? Mörder, ich liebe euch. Mein Sohn muss für euch sterben. Und dann kommt der Sohn, nein Gott, Vater, bitte nicht, ich will nicht für sie sterben. Aber kein Problem. Es ist schon von den Leuten, die diese Bibel zusammengefügt wurden, ist schon eine Erklärung dafür gekommen. Nämlich das vierte Evangelium. Vierte Evangelium, ganz andere Geschichte. Jesus soll gefangen werden, er sagt nicht, er stellt keine Wachen auf und betet und hat Angst, sondern er kommt raus und sagt, da bin ich. Und dann geht es weiter. So, dort wo er gefangen wurde, bei Matthäus, er hat Angst, dann geht es weiter, dann ist er bei Pontius Pilatus. Und Pontius Pilatus fragt, bist du König der Juden? Er sagt ja. Dann stellt er ihm alle möglichen Fragen und er sagt nichts mehr. Fragst du jetzt einen christlichen Gelehrten, warum hat er nichts gesagt? Warum hat er sich nicht verteidigt? Warum hat er sich nicht rausgeredet? Wisst ihr, was sie sagen? Ja, natürlich. Er wollte doch für die Sünden der Menschen sterben. Maschallah. Eben wollte er nicht sterben, jetzt will er wieder sterben. La, ila, ila, illa, illa. Und jetzt geht es weiter. Matthäus 27, Vers 46. Er stirbt am Kreuz angeblich. Gott stirbt. Ja, oh, lall. Und was sagt er? Angeblich, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst du dir vorstellen, dass ein gläubiger Mensch sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst dir vorstellen, dass ein Prophet sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kannst dir vorstellen, dass Gott selber sagt, der gekommen ist, um für die Sünden der Menschen zu sterben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wofür? Gott ruft selber, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, 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 verstehst du falsch. Das war jetzt die fleischliche Seite von Jesus. Fleischliche Seite. Das war die fleischliche Seite. Er hat gerade alle Sünden der Menschen übernommen. Man sagt, er konnte nur das Opfer sein aus zwei Gründen. Erster Grund, er hatte keine Sünde. Wir haben schon gesagt, doch, er hat mit seiner Mutter so geredet, angeblich, laut Bibel, laut Koran. Und, wenn er im letzten Moment sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist er der größte Ungläubige. Dann ist er der größte Sünder. Schau dir irgendeinen Märtyrer auf der Welt an, ob das vom Christentum, Märtyrer, oder vom Islam ist. Der lächelt, der lacht sich tot. Aber meinst du, er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Muslim, der sollte in heißes Öl hineingeschmissen werden. Und dann fing er vor an zu weinen. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt haben wir seinen Willen gebrochen. Und dann hat er gesagt, ja, warum hast du geweint, so und so, der ihn umbringen wollte. Das ist vor damals eine Zeit gewesen. Er hat gesagt, ich habe geweint. Nicht wegen Angst, sondern, ich hatte gewünscht, 90 Mal. Ich hatte gewünscht, mit den Anzahlen von meinen Haaren so oft von dir auf diese Art getötet zu werden. Und Gott selber, der für die Menschen getötet werden soll, ja, der sowieso kommt, um dafür zu sterben, ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, jeder Mensch, der wirklich die Wahrheit will, wird diese Sache akzeptieren. Die nächste Sache ist, warum müsste Jesus selber sterben? Warum musste Gott kommen? Wird erklärt, weil für das Opfer, für alle Menschen, konnte nur das perfekte Opfer gelten. Das heißt, Gott ist nicht einfach eine Kuh schlacht, nur die Kuh gilt dann für alle Menschen. Dann sagen wir jetzt, okay, ist Gott gestorben? Dann sagt er, ja, nee, das kann man so nicht verstehen. Es ist nur die menschliche Höhle von Jesus gestorben. Aha, dann ist ja das perfekte Opfer, was getötet werden soll, am Ende doch nicht getötet worden. Das heißt, egal, wo du die Schienen drehst und zurückdrehst, du kommst zu dem Ergebnis, dass diese Sache Widersprüche aufweist. Durch und durch und durch. Sowohl im Text als auch in der Logik. Und dass der Koran darauf die Antwort hat. Herr Widersprüche Werder sych